Die Knückelfelder Veranstaltungsreihe, die Music Nights, waren auch heuer wieder ein großartiger Erfolg. Anlass genug für FPÖ-Bezirksparteiobmann und Nationalratsabgeordneten Wolfgang Zanger, Mario Kunasek, hierher einzuladen und mit ihm gemeinsam diese beliebte Veranstaltung zu besuchen. Dies ist eine Belangsendung der FPÖ. Für den Inhalt ist ausschließlich die wahlwerbende Partei verantwortlich. Die Knückelfelder Music Nights waren auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Grund genug für den Bezirksparteiobmann der Freiheitlichen Partei Wolfgang Zanger, gemeinsam mit seinem Team Landesparteiobmann Mario Kunasek nach Knückelfeld einzuladen. Weil die Music Night eine ganz tolle Veranstaltung der Knückelfelder Gastronomie ist, die ich ihm einmal zeigen möchte. Einmal war er schon da, aber das war leider etwas kurz damals. Und dann hat er gesagt, er möchte noch einmal kommen. Heute hat es passt. Und es passt ja alles. Es sind Leute, es ist eine super Stimmung, das Wetter spielt mit. Und es ist ja wirklich eine hervorragende und traumhafte Veranstaltung. Und es ist mir wichtig, dass ich auch Persönlichkeiten in die Region bringe, die einfach die tollen Sachen, die da passieren, auch erleben können. Für Mario Kunasek ist der Besuch eine willkommene Abwechslung. Ein offenes Ohr haben für die Anliegen der Bevölkerung und den gemeinsamen Gesprächen auch mal diskutieren zu können. Das ist für die FPÖ ein Beispiel für gelebte Bürgernähe. Ich bin mit Wolfgang Zang und mit vielen Funktionären heute hier in Liedlfeld unterwegs. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin schon einer, der ganz gern bei den Leuten ist und einer der Erste ist, der heimgeht. Also es wird heute sicherlich noch eine schöne Nacht werden. Mit den Gassen gibt es andere Gespräche. Das eine oder andere Getränk wird getrunken. Und damit freue ich mich auf ein paar angenehme Stunden. Der Abend, dass der Mario Kunasek uns heute hier besucht, ist für uns als Murtaler ein sehr guter Tag. Eben aufgrund des noch, dass es signalisiert, wir sind eine große freiheitliche Familie. Zusammenhalt ist bei uns nicht nur ein Schlagwort, sondern auch ein Wert, den wir wirklich leben. Und der Mario fühlt sich, wie man sieht, recht wohl hier auch bei uns. Und wir werden heute einen schönen Abend verbringen. Zur Überraschung schaut auch der lebensgroße Kuni-Bär vorbei und verteilte Geschenke. Gemeinsam ließ das Team der FPÖ-Murtal diesen schönen Sommerabend noch musikalisch ausklingen. Ich weiße das Team der FPÖ-Murtal diesen Sommerabend noch nicht mal wünschlägt. Ich weiße das Team der FPÖ-Murtal diese Woche. Vielen Dank.